Der Held verließ Korinus und mit ihm ging die Hoffnung auf eine Besserung. Die Ork-Angriffe vermehrten sich. Die Expedition in Mienthal war gescheitert. Die letzten überlebenden Söldner retteten sich ins Kloster und verschanzten sich zusammen mit den Feuermagiern. Die Wassermagier und Soldaten zogen sich ins obere Viertel zurück. Die Orks übernahmen fast die ganze Stadt. In seiner Verzweiflung verfasste Saturas einen Brief an den König. Er sollte wissen, was auf Korinus geschieht und dass die Expedition gescheitert war. Sie wollten noch ein paar Wochen durchhalten, dann nach Jakenda fliehen und das Portal hinter sich zu zerstören. Saturas schickte den jungen Boten fisklos, doch er geriet in ein Sturm und strandete. 1 3 4 5 Vielen Dank.